Wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Wo hast die gar nicht getötet? Da kommt ein Auto zu euch Nice Nein, noch kein Auto jetzt Da kommt noch ein Auto Der Schick weg Lass uns mal eben kurz zwei Sekunden Zeit, dass wir uns hier mal eben sortieren können Nice, 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 nice Das ist mal ne Schleimkanone Die ich eben noch hatte Bestimmt wie jemand mitgenommen Ah ja, ich hab die aussehen genommen Achso, ja gut, bei dir ist das schön Du musst meine Schildsprengler placeen oder so Hunderter? Hunderter? Was? Noch ein Hunderter? Wer hat den Sprengler? Wer hat den Sprengler? Ich Wie? Hä, wie kann der 200er Hits kriegen, Digga? Ja, weil wir null Bounds spielen 200 200 Energie und Schild Zusatzschild Ja, aber dann müsst ihr doch Ach ja 250 Ach ja, er ist ja 250 Ja, 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 ja Geht doch, bitte, baum Geht doch, bitte, baum 200, nimmt doch baum Hey, wie du hast kein Hitschock Das sind die letzten zwei, die letzten Ich hab keine Muni, Alter Ich hab keine Muni, Alter Witzig Und ach, da hielt der Baum Ein Knock, ein Knock, ein Knock Ich hab mich angeschlichen Der guckte mich an, ich guckte ihn an Und ähm, ja Er war damit nicht zufrieden Ola Alter Ich hab 119.000 AP in diesem Lütch genommen Es ist natürlich jetzt Zeit für die Schleimkanone Zeit für, ey, wo ist denn der andere gestorben? Ich weiß ja, wo, Hilo Die Bluelights hab ich jetzt hier auch noch irgendwo im Zuge gesehen Ah, hier sind fester, hier sind fester Nice Die sind Bluelights Und ein Mini hab ich auch noch gefunden Ey, und hier ist sogar ein Festlagerfleischlipp aus Oh, okay, scheiße, noch besser als nichts Macht der hier fett ein Auto irgendwo? Hier sind Splashies Ich seh alle hier hinten Ich seh alle hier hinten Ja 105er Hit Sehr gut Ausgenockt Da ist noch einer Ich glaube er ist weg Da ist er Da ist er Hier sind's beide Tod der eine Und der andere nicht Ach, er ist der letzte Nice Perfekt episch Yippie Da ist er Ja, dann machen wir noch eine Runde und dann da ist das Ja, das zählt ja auch als keine, wo? Freuen die nicht, nein Ja Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte, hier gibt es jede Menge Schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop, alles was ihr braucht Gebraucht Und Und Und